Wie kann es sein, dass unsere Arbeit keinen Wert mehr hat? Und warum machen wir den ganzen Amazonas Platz? Menschen hundert Tiere leiden und die Erde blutet aus. Doch der Michel sitzt am Lenkrad und fährt seinen Turbo aus. Jemand muss was sagen, jemand muss protestieren, damit wir nicht auch den Rest unserer Menschlichkeit verlieren. Und nun stehen wir wieder hier auf unserem Netzbundschloss, über uns wachst du hell und zu rass. Und bei Regen oder Sorte jeden Montag sind wir da. Für den Sieben, für die Liebe, Jahr für Jahr. Wie kann es sein, dass Waffen Frieden bringen soll? Und wer versteht, warum die Reichen immer reicher werden wollen? Warum bitte ihre Kinder nicht mehr selbst ins Leben? Und die Leidenden der Kriege keine Herzen mehr berühren. Jemand muss was sagen, jemand muss protestieren, damit wir nicht auch den Rest unserer Menschlichkeit verlieren. Und nun stehen wir wieder hier auf unserem Netzbundschloss, über uns wachst du hell und zu rass. Ob bei Regen oder Sonne, jeden Montag sind wir da. Für den Sieben, für die Liebe, Jahr für Jahr. Wie kann es sein, dass Cent, die teurer sind, als Menschen leben? Und dass wir auf unsere Freiheit keinen Cent mehr geben? Und den sauberen Wind gefährden wir mehr als unseren Verstaat. Und wir denken, das Sender lege nicht in unserer Hand. Komm, du kannst das Ende, und du musst akzeptieren, dass wir sonst auch noch den Rest unserer Menschlichkeit verlieren. Und nun stehen wir wieder hier auf unserem Platz und Schloss, über uns wachst du hell und zu rass. Ob bei Regen oder Sonne, jeden Montag sind wir da. Für den Sieben, für die Liebe, Jahr für Jahr. Wie könnte es sein, wenn wir von Völkern und Kulturen lernen, anstatt dass wir uns von Werten und Moral entfernen. Helfen geben macht uns glücklich und die Einsamkeit unwind. Wenn ein jeder sich auf Liebe, Freundschaft, Mitgefühl besinnt. Komm, du kannst was sagen, und du musst protestieren, damit wir nicht auf den Rest unserer Menschlichkeit verlieren. Und nun stehen wir wieder hier auf unserem Platz und Schloss, über uns wachst du hell und zu rass. Ob bei Regen oder Sonne, jeden Montag sind wir da. Für den Sieben, für die Liebe, Jahr für Jahr. Für den Sieben, für den Sieben, für die Liebe, Jahr für Jahr. Ja, super, danke schön. Ja, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, dass wir jetzt auch eine Musik-AG gründen wollen. Also auch da, wer Lust hat, musikalisch aktiv zu werden. Es gibt ganz viele Wege, wie wir uns einbringen können. Wichtig ist nur, dass wir irgendwas tun. Und jeder nach dem, was er kann. Und das ist eben halt ganz, ganz wichtig. So, wir müssen...